Unsere gesamte Bundesregierung, die lebt doch schon auf einem anderen Planeten. Ich denke inzwischen nur noch, wo leben die? Was machen die da? Und warum muss ich es bezahlen? Warum glauben die denn, ich kann eine Umweltpolitik ernst nehmen, deren oberste Vertreterin für eine Handvoll handgeschnitzte Souvenirs bis nach Australien fliegt und unterwegs die gesamte arabische Halbinsel einölt? Dem Wahlvolk wird Tag aus Tag eingepredigt, dass es doch bitte aufs Auto verzichten soll. Während die Häuptlinge jede Woche ein paar tausend Bonusmeilen sammeln. Also ich finde das schon ziemlich lustig. Also wenn ich nicht gerade drüber nachdenke, was für eine sagenhafte Heuchelei das ist. Aber Deutschland mag es offensichtlich gerne doppelt. Erst kriegen wir den Doppelwumms und dann obendrauf die Doppelmoral.